Das soziale Venture-Ökosystem der Sky World Community ist seit 2015 strategischer Partner von Unitsky String Technologies Inc. Seit acht Jahren akquirieren wir erfolgreich Investitionen für den Seilschienenverkehr. Wir haben eine kontinuierliche Finanzierung des Projekts sichergestellt und warten, wie viele Miteigentümer und Partner in unserer Gemeinschaft auf den Abschluss der letzten, DRH der 15. Etappe, wofür wir zudem auch aktiv Maßnahmen zur Beschleunigung ergreifen. In den acht Jahren des Bestehens unserer Plattform haben wir einen leistungsstarken Mechanismus geschaffen, der die erforderliche Menge an Finanzmitteln anziehen kann, um die 15. Stufe in nur einem Jahr abzuschließen. Mehr als 650.000 Menschen haben sich in der Sky World Community registriert, von denen mehr als 200.000 nicht nur Investoren geworden sind, sondern auch einen Partnerschaftsvertrag unterzeichneten. Wenn jetzt jeder der bestehenden Investoren und Partner einen Mindestbeitrag von 500-500 Dollar leisten würde, dann könnten wir buchstäblich in wenigen Monaten, vielleicht sogar Wochen, zuversichtlich verkünden, dass es keine Gelegenheit mehr gibt, Miteigentümer der UST-Technologie zu günstigen Konditionen zu werden. Mit einem eröffneten Ratenzahlungsplan für 100 US-Dollar pro Monat, 500 USD, könnten wir gemeinsam die 15 Finanzierungsstufen in fünf Monaten abschließen. Wenn wir die Endphase so schnell wie möglich abschließen wollen, gibt es nichts Einfacheres. Gehen Sie in Ihr persönliches Konto und unterstützen Sie das Projekt unverzüglich mit einer Investition. Beachten Sie, wenn jeder der aktuellen Investoren oder Partner seinen Freunden, Verwandten oder Arbeitskollegen zusätzlich von der Möglichkeit erzählt, Miteigentümer dieser bahnbrechenden Transporttechnologie zu werden, wird sich die Geschwindigkeit der Finanzierung erheblich erhöhen. Wenn jetzt jeder mindestens einen Projektunterstützer mit einem Mindestbeitrag von 500 US-Dollar einlädt, hätten wir morgen den gesamten erforderlichen Betrag. Die Anteile der Holding werden unter den Investoren verteilt und das Unternehmen wird die Zertifizierung, den Bau und die Demonstration so schnell wie möglich abschließen. Dadurch wird die Kommerzialisierung gezielter Projekte beschleunigt, die Wertsteigerung der Vermögenswerte und die Möglichkeit der Dividendenzahlung rückt näher. Erzählen Sie jedem, dass der Seilschienenverkehr jetzt kein Venture-Startup mehr ist, sondern bereits eine unabhängige kleine skalierbare Produktionsstätte, die ihre Kapazität von Jahr zu Jahr erhöht. Bitte teilen Sie ebenso mit, dass das Unternehmen nach den Ergebnissen des Audits für das Jahr 2022 die Selbstfinanzierung erreicht hat und somit autark ist. Es ist bereits jetzt in der Lage, die laufenden Kosten aus eigener Kraft zu decken. Dies bedeutet, dass das Unternehmen bald einen Gewinn erwirtschaftet und Dividenden in Höhe von mindestens 20 Prozent seines Nettogewinns ausschütten kann. Sie müssen hierfür nicht auf eine öffentliche Börse warten. Oft hören wir die gleichen Fragen. Wann endet die 15. Etappe? Wie lange wird es dauern? Nun, die Antwort ist einfach. Es hängt alles nur von Ihnen ab, liebe Investoren und Partner. Rufen Sie an, schreiben Sie, erzählen Sie Ihrem Umfeld von der Möglichkeit, Miteigentümer einer einzigartigen Verkehrstechnologie zu werden, mit der Aussicht eines Tages bis zu 50 Prozent des Transportmarktes abzudecken. Dies ist Ihre einmalige Chance, mit minimalem Aufwand so nah wie möglich an das heranzukommen, worauf alle warten.